Ja, guten Morgen meine lieben Leute. Oder soll ich nicht lieber sagen, guten Abend? Naja, also halt bei mir ist jetzt morgen. Aber wenn ihr das Video seht, ist es wahrscheinlich erstmal Abend so. Also bei euch ist es wahrscheinlich Abend, je nachdem wann ihr euch das Video anschaut. Ich denke mal abends. Ja, gute Laune ist am Start. Ich habe jetzt ungefähr neun Stunden geschlafen. Also ich fühle mich gut, ich fühle mich ready. Und ja, Wetter, was kann man zum Wetter sagen? Es ist absolut ein Traum. Und ich habe mir gehofft, dass ja heute schönes Wetter ist zum Abfahren. Ich hoffe auch, dass morgen schönes Wetter ist. Ach komm, morgen, der Tag hat noch nicht mal richtig angefangen und ich komme schon mit morgen. Naja, jedenfalls habe ich richtig gut geschlafen. Ich habe voll die Vorfreude, beziehungsweise voll die Freude auf das Hotel. Und ja, ich würde jetzt erstmal sagen, wir stehen, ich stehe auf und dann gucken wir, wie der Tag so weiter aussieht. Wie auch immer man es nennt. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Vlog heute. Und ja. Ja.